Willkommen zu World Warsat mit Toxity. Guten Tag. Wir sind in der zweiten Folge Jerusalem. Technische Unterstützung. Die RAAM-Basis, die auf keiner Karte verzeichnet ist, ist die Kommandozentrale für ein geheimes Satellitenabwehrsystem. Als das Virus sich ausbreitete, wurde die Basis vom Netz genommen. Aber wenn Kringold hineinkommen könnte, kann er die Waffe vielleicht aktivieren. So, dann gehen wir mal rein. Wir sind ja die richtigen Spezialagenten. Ja, Spezialforce ist Spitznatz. Ulfermännchen. Mein Mathelehrer hat heute, das kann ich mal erzählen, der hat zum Auflockern des Unterrichts, hat er erstmal einen Witz gebracht, als er reingekommen ist. Und zwar ist er am Bahnhof vorbeigekommen und fand es sehr vorbildlich, dass sich da alle selbst geimpft haben. Ja, ungefähr genauso viele Leute haben auch gelacht. Aber wenn man ein bisschen wartet, dann wird er lustiger. Wenn man sich das bildlich vorstellt. Ich kenne es ja aus unserer Stadt hier. Impfen die sich auch alle selbst? Sehr gut. Sehr vorbildlich, muss man schon sagen. Die lassen sogar die Spritzen überliegen, damit sich auch andere weiterimpfen können. Ich dachte, da hingen... Ach nee, wahrscheinlich die Automaten sind alle ausgeräumt. Naja, die sind weg. Zwingung überall, Zettel. Sit tight back here, Doug. But I know the layout of the compound. Can't risk it. Even with your pistol skills. Well, let you know when it's safe. Bonkers on the other side of the compound. But it'll be locked down. So how do we get in? Ich hab... Das ist 24 Stunden. Wo wir gerade beimpfend sind. Wo wir gerade beimpfend sind. Ach so, ja. Wo ich gerade bei 24 Stunden bin. Das spiele 24 Stunden her und ich weiß schon nicht mehr, wie es funktioniert. Da vorne sind Minen. Oh cool. Ich sehe die Strahlen nicht. Ich sehe auch nicht. Geh näher ran. Doch, doch, jetzt. Ja, jetzt sehe ich sie. Zeigen die in unsere Richtung? Ja, ja. Ich wollte es ja auch schon derklieren von hinten, aber ging nicht. Ich kann die... Ach, hier kann man jetzt entschärfen. Die kann man von hinten entschärfen, aber... Ich würde die erst mal lassen. Wegen der Zombies, die bestimmt kommen. Aber Erfolg. Ach, ist das ein Erfolg? Ja, 25 Stück oder so. Ach, das können wir irgendwann nochmal machen. Ja gut, dann habe ich jetzt eine. Nein, das kann man auch zerlegen. Wir spielen ja auch leicht. Also. Ich meine, die haben uns zwar schon gut geholfen, aber... Ja. Ich dachte, hier stehen unsere Leute. Auf einmal sind Zombies von mir gespawnt. Okay, hier sind ganz viele Minen im Gebäude, musst du auffassen. Das schaffen wir. Ich habe die... Oh, hier im Gebäude sind alle Minen. Oh, da hinter mir kommen welche. Daniel, mein Held. Ja, wie der einfach hier durch die Minen laufen kann. Ja, ja. Ist auch gut. Oh, shit. Hier ist weiß. Ich habe fast hier die Minen gehabt. Äh. Ja, gut. Die Maschinenpistole nehme ich mal mit. Ah. Ja, da hätte ich aber tatsächlich Bock auf so ein Spiel wie State of Decay. Ähm. Ich höre was. Ah, oben. Vom Dach kommt was. Alter. Der Tussi hier ist gerade voll das Bein weggeknickt, als ich reingeschossen habe. Egalhaft. Äh, ich habe keine Springladung. Wir brauchen erstmal Springladung. Ja, geil, wie die alle auf den Haufen sprengen. Ja, ja, von da oben. Hilf dir das weiter? Äh. Äh, hast du eine Sprengladung? Digga. So, habe ich eine Sprengladung? Ja, tatsächlich. Zack. Sehr gut. Hier ist Monizio. Äh. Das macht Schaden. Ja, ich wollte gerade noch sagen, geht einfach mal beiseite. Ich hatte ja noch Überheilung. Ich wollte es mal ausprobieren. Oh, Kampfschrotplinte und klassisch Kampfgewehr, das habe ich mit. Automatikgeschütz. Jo, und das andere. Oh, ein Mörser. Ich mag Mörser. Mörser kann man doch bestimmt hier reinstellen. Ne, Stand im G. Hier kann ich eins hinstellen. Da kann ich Mörser nicht. Ich stehe doch da oben hin. Oh, da muss ich auch außen rumrennen. Ich fiel dich. Oh, ne, das hier nehme ich lieber Kampfsturm. Ja, komm. Ja, jetzt. Übrigens, wenn du Waffen austauschst, das hatte ich letztens ja, also in der letzten oder vorletzten Mission, ähm, wo ich die Munition gesucht habe, du kannst einfach deine andere Waffe wieder aufheben und hast wieder Muni. Weil die Muni gespeichert wird in dem Ding. Ich spreng ja, Vorsicht. Ach, ja. Wo war's das? Keine Ahnung. Mir liegt... Oh, ein Nutzlastgewehr. Ah, hier, bei mir ist was. Scheiße, ich wohne eine Sprengladung. Ach, hier war der. Der war hier hinten in der Ecke. Hing der. Daniel hat ihn gefunden. Ähm, hier drin hab ich noch eine Kiste. Sturmkarabiner. Ne. Ja, wir bräuchten... Wir könnten theoretisch sogar zwei benutzen. Hier, hier drin auch noch. Dann geben wir ihm halt die Schlüsselkarte. Ach, ja, ich hab ganz vergessen, dass das ja nur für einen gilt immer. Errichtet die Verteidigung. Oh, okay. Oh, da kommen sie schon. Das sind noch nicht viele, oder? Dann schieße ich erst mal mit dem Bösser ein bisschen. Bössentfeier! Oh, ja. Oh, 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 oh. Alter, Alter. Oh, die Brücke, ey. Die fallen sogar schon von der Brücke, weil da so viele sind. Oh, links kommen auch noch welche hoch. Bei dir ist so ein... Oh, scheiße. ...so ein Schlangenpfad ist vor dir. Oder da, wo du eben warst. Oh, fuck. Vorsicht, ich bin hinter dem, mit dem Mg. Okay, ich bin leer. Scheiße, Micha-Drama. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab dich. Ich kann dich aber mal heilen, wenn du willst. Ja. Ja. Oh, das ist geil, wie schnell ich das verwenden kann, das Ding. Oh, Screamer, links, wo du eben standest. Ah, okay, hat schon jemand. Ja, wir haben genug Munition, einfach reinhalten. Oh, das Spiel ist schon ziemlich geil, ne? Ja, das ist fett. Ich könnte Munition gebrauchen. Ja, wir können raus, ne? Also, wir können weiter. Ja, dann machen wir das. Ich weiß nämlich nicht, wie viele hier kommen, ob da unendlich kommen. Ist halt geil zum Leveln, aber... Irgendwann haben wir ein Problem. Ich hab nur noch meine Pistole. Oh, das war lustig. Äh, Ethan müsste auch geheilt werden. Ich halt den mal. Auf was schießen die bitte noch? Ich hab keine Ahnung. Ah, warte mal, wenn du... Wenn du den Stick gedrückt hältst, also die Pfeiltaste, dann kannst du Befehle geben. Was ist denn? Ich bräuchte erst mal Munition. Ich hab nur noch meine Pistole. Oh, hier hinten. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ah, nicht verwenden. Oh, Gott. Lass mich kurz nachladen, dann komm ich. Oh, ist am hinten noch. Äh, Waffen. Liegen ja neue. Sturmgewehr und Scharfschützgewehr. Beides T2. Bei dir noch irgendwas? Oh. Hallo? Wo warst du denn da? Hinter dir. Oh. So. Oh ja, hier ist ein Dicker. Oh yeah. Weg da. Vorsicht, der Rammt. Meine Fresse. Will ich die Tür irgendwie zumachen? Scheiße, das ist wieder ein Screamer. Oh Gott, lau. Okay, ich hab den Geinerator grad mal aktiviert. Oh, jetzt gibt's dann nicht noch einer. Ja, ja, ja. Oh, das ist knapp. Hier, ich hab eine Schrengladung. Ja. Oh, Spitterkanaden, sehr gut. Ach, du Scheiße. Oh, Fuuuuck. Oh, ich muss mich desinfizieren. Oh, schnell, 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 schnell. Boah, ich war schon fast ein Zombie. Äh, von der anderen Seite kommen sie jetzt. Oh, was gibt's da nicht. Ich komm hoch. Oh. Ja, ist nicht so schlimm, ich hab hier einen MG. Obwohl ein paar sind schon drüber gekommen, shit. Alter, so würd ich gern mal bei Dying Light leveln. Haha. Ja. Gibt ja jetzt diese Woche übrigens Doppel-EP, ne? Uuuuh. Hat aber erst gestern Abend begonnen. Oh, shit, wo kommt der denn her? Hallo? Weg, weg, weg. Oh, hallo. Problem. Ich komme. Okay. Äh. Ich hab gerade eine Munition mehr gehabt. Das gibt's auch nicht. Okay, wir können weiter. Wenn du nochmal Munition nehmen musst, dann... Okay. Lass dich durch die Luke gefallen. Einfach mal fallen lassen. Okay, ich bin da unten. Jetzt noch ein, äh, T3-Waffensinnier. Oh, Kampfgewehr. Ja, das muss ich nämlich gerade hochziehen. Hier hinten ist eine Tür zum Öffnen. Aber die kann ich so öffnen. Wollen wir uns erstmal hier umschauen noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, hier ist eine... Ne, die ist auch nicht zum Sprengschall. So, eine Sprengladung hab ich. Ja, ich such gerade eine Tür, die man sprengen kann. Ist ja dran. Kannst auch aufmachen, weil da kannst du auch durchs Fenster gehen. Ist egal. Was hab ich denn? Ach, ein Sturmkarabiner hatte ich. Der ist auch ziemlich gut. Komm, Sol, auf der hohen Flüge. Start es ab! Meine Fresse. Oh, ja. Lurker bei mir! Oh, shit. Uiuiui. Uiuiui. Hier liegt auch noch eine schwere Waffe, falls du eine brauchst. Von mir aus kommt... Oh, den hab ich. Der? Ne, nicht der Bomber. Bei dir ist was. Ah. Komm, dicker. Der ist down. Hier unten liegt eine schwere Waffe, falls du noch eine brauchst. Auf jeden Fall. Ich nehme mal das fortschrittliche Kampfgewehr jetzt wieder. Das hat Explosivmunition, das gefällt mir. Was ist das jetzt? Was? Was liegt hier? Hier ist eine Sprengladung, ich hab auch noch eine. Geil. So, wo die Tür dahin mal aufhauen, mal reingucken. Achso, das war die, ja. Warte, ich wechsle meine Waffe kurz wieder, die ist doch nicht so. Ah, auf die Seite geht's auch noch. Okay, ich komme. Okay, hier ist ein Bunker, da müssen wir wahrscheinlich gleich rein. Aber Türen zum Sprengen hast du wahrscheinlich nicht gefunden, ne? Nö. Dann hätte ich schon gebrüllt, wie ein Irrer. Irrer. So, ja. Was haben wir denn da? Die kann man doch zumachen, die Türen, oder? Na gut, dann reparier ich halt mal Türen. Ja, okay, bei manchen steht reparieren, bei anderen steht schließen. Das heißt, die einen haben sie aufgebrochen, die anderen haben wir geöffnet. Nein, 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 endlich flach. So. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Oh, hier sind noch dicke Kisten. Alter. Das ist so. Die Konsole auf der hohen Fläche. Start es ab! Ja, wir haben es ja verstanden. Also, ich bin bereit. Ja, ich auch. Obwohl ich noch nicht weiß, wo ich das stationäre Ding aufstellen kann. Jetzt ist es eine Kettensäge. Oh, da vorne. Ich kann es da vorne aufstellen, in der Mitte. Ich gebe auch zu Mr. Kringgoat. Ist er nicht gerade hier runter? Ah, ne, der ist noch oben, okay. Hinter dir ist ein Special. Ja, wird mir schon angezeigt. Den hier unten habe ich down, den Screamer. Ich kümmere mich mit den Bots um das, was zu dir hochklettert von hier aus. Ich will ständig ausweichen. Okay, ich... Ja, das mache ich auch immer wieder. Ich mache schon. Mein, äh, wusste das... Wusste genau, was ich will. Äh, äh. Ich weiß auch, heiler. Äh, äh. Ja, das ist doch der Gwent. Was macht der da oben? Oh, keine Ahnung. Ich lasse ihn einfach machen. Immer auf der Suche nahe an Snickers. Oh, shit. Jetzt kommen hier aber eine ganz Menge. Meine beiden Dudes halten mir den Rücken frei. Und ich, äh, schieße ein paar Leute ab, die zu dir hochkommen. Aber jetzt kommen da zu viele. Ich bin gleich leer. Okay, bin leer. Oh, kacke. Ich komme. Oh, Gott, das gibt's doch nicht. Ich habe mal eine halbe... Halbes Magazin auf den draufgebraten. Nein, ich will dich heilen, verdammte Scheiße. Äh, 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 äh. Ich schieße die ganze Zeit nur, falls zufällig jemand von euch da im Feuer steht, dann, äh, 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 passiert das halt. Okay, it's working. Now the telemetry uplink. Super. The key on the instrument panel, turn it. Okay, ich gehe runter. Komm, und das hier hinten, der komplett dicht? Nein, das hoffe ich nicht. Äh. Ja, aber wie willst du dann zur Toilette kommen? Äh, ich habe eine große Windel an. Okay, wir sind fertig. Der redet, obwohl er den Mund nicht aufmacht. Der redet mit seinem Hintern. Ich habe Angst. Die kommen von oben? Ja, die kommen gleich von oben. Komm, komm. Hier ist ein Aufzug, wahrscheinlich. Nichts, natürlich. Munition. Oh, Munition, ja. Immer diese Nebensächlichkeiten. Nein, Munition. Oh, hier ist ein Geschütze. Äh, wir müssen die beiden Vögel mal heilen am besten. Warte mal, guck mal her. Nein, nicht mich heilen. Oh, meine Fresse. Bist du so dumm? Ich halte gerade mal Daniel und hebe dann nochmal Heilung auf. Wo kann ich denn Strom platzieren am besten? Ähm, links. Also ich habe komplett links platziert. Ja, ich habe jetzt hier direkt vor der Tür, wo wir gleich hingehen. Äh, durchgehen. Äh, hier vorne rechts. Äh, ne, warte mal, da war noch ein stationäres Maschinengewehr. Äh, ich weiß nicht, was war da vorne. Ich bereite gerade mal unsere Kollegen vor. Soll ich dich auch nochmal heilen? Ne, alles cool. Da liegt noch ein Heilpack, dann könnte ich das noch nehmen. Und dich heilen, halt. Guck mal, ja, ich mach's einfach mal. Nicht was kocht! Äh, dann habt ihr alle ein bisschen mehr Leben. Das hält ja jetzt erstmal eine Weile. Scheiße, dann, damit ist ja auch noch Zeug zum Hinlegen. Äh, kommen wir hier... Ach, ich habe immer noch nichts aufgesprengt, fällt mir ein. Und sonst ist hier nichts mehr. Unter Faust. Ach, hier unten kann ich aufsprengen. Ich mach das gerade mal. Ich glaube zwar nicht, dass es noch rechtzeitig funktioniert, aber... Äh, hier vorne ist noch eine Sprenglade bei mir. Komm, sprengen! Schneller! Ja, ich habe einen Granatwerfer da drin, dann ist noch ein Sturmgewehr, äh, ein Maschinengewehr und eine Kettensäge. Ich höre dich, Alpha. Phoenix, Hand Defense down! Ach so, da vorne kann man auch aufsprengen. Eieiei. Okay, ich stehe jetzt hier vorne. Ich weiß nicht, was hinter mir los ist. Anderes weiter. Ja, wahrscheinlich erst in der nächsten Welle kommen sie hier. Ich werde mal ein bisschen mit Granaten arbeiten. Abwechslend. Oh, da kommt ein Schreier. Rechts ist ein Schreier. Äh, links. Ich kümmere mich gerade mal. Hier sind ganz viele Specials. Shit. Oh, Exploder. Rama ist auch noch da. Fuck. Nein, der hat mich. Okay. Ich gehe zum MG hier vorne. Ja, ich war Granaten. So, rechte Seite. Oh, kacke. Ich gehe zum MG hier vorne. So, rechte Seite. Oh, so ein Furzer. Ich habe noch ein MG. Feuer frei. We got sink on the other flank. Alpha, on my approach. You got a massive swarm heading in from the north. Thousands. Thousands? Geil. You're a milky. Can you use it from the chopper? Das ist was rotes? Theoretically, yes. Ja. Ah, der ist gerade da reingesprungen, oder was? So, da noch. Oder? Nee, rechts war gerade ein... Es war was rotes. Der ist ja gerade reingesprungen. In den, ähm, Ventilator. Ja, der auch. Geil. Ja, ja, ja. Oh, hallo. Hallo. So macht mir das Spaß. Oh Gott, ich hole Munition, Munition, Munition. One after another. Go, go, don't look back. Oh my God. Mauer, I'm down. Steht da vorne bei dir auch noch ein MG? Äh, das ist auch mal leer. Äh, sicher? Weil wenn die leersten, dann verschwinden die einfach. Es ist wieder links. Shit, hier sie kommen. Oh, wir sind, glaube ich, so der Hubschrauber da oben. Ja, ich glaube auch. Können wir ja machen. Hier rein. So, wir hier mitfahren? Ja. They're good over on the base. Na, es geht rein. Oh, jawoll. Hahaha, na klar. Oh nein. Ups. Great God almighty. Well. What works. God? Ja, das war Gott. Er hat gerade, ja, hängt gekackt. Ah, pfff. Setz mit rohrotem Kopf da. Oh, pfff. Oh Gott. Hier draußen heißt es eine neue Mülltonne 9-11. Die Mülltonne heißt so? Ja, da steht, nein, 11 drauf. Ich müsste zwei nebeneinander stehen und dann irgendwas reinwerfen. Hahaha. Oh Mann. Ja. Gegenrennen oder so. Kleines Kind. Kleines Kind reinwerfen. Ja, auch drauf. Hahaha. Ah, geiles Spiel, geiles, geiles, geiles Spiel. Ah, gefällt mir. Gefällt mir der Mann. Richtig da frei. Oh Gott, wie lange soll das Dorn hier bis man Kampfgewehr aufgelevelt hat. Ja, das dauert, ja, du bekommst wahrscheinlich wirklich pro Zombie ein EP, ne? Oder was? Wahrscheinlich. Obwohl manchmal geht es auch nur bis zum... Ja gut, ähm, wenn du keinen schweren Waffen verwendest, sondern die ganze Zeit nur schießt, dann geht es natürlich schneller. So, beim nächsten Mal geht es weiter in Moskau, Folge 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch wieder ein. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.